Wir sind auf der anderen Seite, äh ja, um Freunden. Wir waren schon Gegner, aber die haben den Roboter nicht gelootet. Wir haben hier nur halb geloot. Unser random schießt auf die Gegner da oben, ne? Ich kann nicht, ich hab da keine Möglichkeit. Echt? Knocked. Oh, du schießt. Ich geh ran und ulter die hinter dem Stein. Muss aber noch ein Stück ran. Oh, du schießt. Ich hab da drüber. Ich hab da drüber gebrochen. Ich hab da drüber gebrochen. Noch reingennockt. Oh, kann ich nicht machen. Jetzt kann ich das machen. Ich hab dich. Ich hab dich, Bruder. Es sieht, wie wir in diesem nächsten Ring sind. Gut. Ich hab 4 Kills Hat keine Rüstung mehr Brauche Ammo Heavy Ammo liegt hier oben Keine Ammo mehr Ist der Boden War der Solo? Ja der war Solo Ist der blöd? Ok Ammo hab ich jetzt genug Energie Ammo hier Extended light mag hier Got a hop up hier Optics hier Midrange Shield battery hier Spitfire hier R301 hier Auf den Dammen Eingenockt Reloading One down Frag out Frag out Double time in Reloading 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 You're the kill leader Someone's going for the gold I like that Oh ne Craver will ich nicht Danke Wir sind die letzten zwei Squads, bekämpfen sie gerade da hinten Ich brauche mal noch ein bisschen Leit Ammo Wohin? Da Wir sind nur ein Squad Die haben gerade den letzten ausgelöscht Die müssen aber zu uns kommen bin ich der Meinung Also die waren hier irgendwo unten Oder da hinten an der Wand Sind die alle da unten? Unter uns zwei mindestens Ja, alle drei da unten Alle drei da unten Ich kann so dabei schlecht airstriken Woa Ja, unter uns Keine Armor mehr Ja, ich glaube ich habe auf jeden Fall schaden gemacht Ein bisschen Ja, ich habe mich ziemlich gut gefühlt mit der Scout diesmal wieder an Ja Ah, das war schön Mhm Yep Get carried Hahaha Ich war halt selten in Schussposition Ja, ich hatte die Scout Ich habe am Ende Am Ende, da wo wir die zwei Squads nacheinander bekämpft haben vorhin Auf Bei dem Weg nach oben Wo der Typ Unser Typ Wo wir zwei gedownt waren Ich habe die Also der eine hatte ich ja gerafft, ne? Hätte ich den nicht halb gedownt Hätte er sich vielleicht gekillt Ich weiß schon Es war auch gut Ohne euch hätte ich das nicht gewonnen Schon logisch Aber der Damage Unterschied war halt schon krass jetzt gerade Ja, du hast halt auch permanent drauf geballert Ich hatte halt selten eine Schusschance Weil ich immer irgendwie falsch positioniert war Wo ihr dann hart gekämpft habt Oh, ja Ich hatte eine Spitfire Oh, develop, reward, everyone! Ich hatte eine Spitfire und eine Scout